Anmeldeprobleme von Minekraftseite aus, na siehst du, da bist du ja schon. Ja, ich bin da. Perfekt. Okay, bist du auch hier? Dann gehen wir grad... Wollen wir hier unten eigentlich noch das Eisen brennen und ein Amboss machen, oder? Wir müssen aus der Höhle raus. Okay. Das ist das, weil morgen dann die Folge kommt und dann alle wissen, wo wir sind. Ja. Ja, ist doch gar kein Problem. Hab doch keine Angst. Wie ich einfach auch mal volle Garde meine Pickaxe raushau. Scheide, dass wir nicht mehr wissen, wo wir rausgekommen sind. Aber dann müssen wir uns einmal halt so hochbauen. Ja, das geht auch. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche... Hast du noch Fackeln? Ja. Okay, weil ich hab keine. Okay, ich brauche nur noch schnell mal hier Redstone, aber dann komm ich grad nach. Okay. Sehr schön. Mache ich gleich ein bisschen hell hier. Ist dunkel. Sehr nett. Ich würde noch... Okay, hier ist eine Höhle. Okay, vielleicht geht's dann ein bisschen schneller nach oben. Ja, wir müssen nur aufpassen wegen den Creepern, ne? Ja. Wo gehen wir denn lang? Da links? Ist... Geht's da wie hoch? Ich... Pass mal kurz auf, dass hier keine Viecher spawnen. Ich baue so lange nicht einmal das Eisen ab. Mhm. Weil Eisen brauchen wir so oder so. Dann können wir ja auch grad da hochgehen, wenn du eh da schon abbaust. Ja, stimmt. Wo du recht hast. Aber ich höre Lava. Niki. Okay. Sag mir doch ein bisschen Angst. Hast du einen Block neben deiner Hacke? Äh, ja. Bist du gleich zumachen könntest. Hier ist ne nächste Höhle. Was ist das denn? Und Viecher, glaub ich. Okay, ich baue das Eisen hinter dir ab. Niki, ich baue hier aus der Höhle raus, bitte. Okay. Aber hier ist ganz viel Eisen. Aber scheiß drauf, oder? Ja, jetzt gehen wir erst mal nach draußen. Äh. Ne. Ja, bauen wir uns einfach hier irgendwo nach oben. Ja, gut. Hier ist doch ein schöner Ausgang. Pass auf, da hinten kommt ein Zombie. Ich habe alles im Griff. Ja, ein bisschen Angst, seitdem ich hier in der dritten Folge fast hier getötet worden bin von so einem Mistvieh. Ich habe hinter uns zugemacht. Ah, sehr schön. So, meine letzte Facke. Die baust du einfach immer ab, baust hinter dir zu und setzt es wieder neu. Ja, ich muss bei irgendwas essen ganz kurz und dann... Stimmt, ich habe, glaube ich, auch gar nicht mehr zu essen. Hast du nichts mehr? Na doch, zwei Steak habe ich noch. Ah, ich habe nichts mehr. Also, wenn du Hunger haben solltest, ich habe Steak. Mhm. Im Moment bin ich voll. Okay. Ja, wo gehen wir denn am besten hin? Wir laufen erst mal ganz schön, ne? Ja, wir gucken mal, wo wir was Schönes finden. Wie ist denn das mit der Border? Können wir riskieren, da ein bisschen näher nach draußen zu laufen? Ja, doch. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Okay. Erstmal geht es ja darum, dass wir überhaupt nach Hause finden. Genau, nach draußen. Nach Hause. Für nach Hause. Magst du gucken, auf was für eine Höhle wir sind? Ganz schön viele Leute joinen gerade. Ich habe nicht Angst, dass wir irgendwie in einem Berg drinnen sind. Ach so. Warte, ich schaue gleich mal. Ähm, 56. Könnte schon sein, eventuell. Das wäre es ja noch. Ja, das ist es ja. Weißt du, ich baue mich im Berg hoch. Wenn dann irgendwann bei Höhe 100 rauskommen oder so. Keine Ahnung. Ich baue mich hier kurz ein bisschen beiseite. Ah, what the fucker. Geht's ja nicht. Wir müssen doch mal hier langsam irgendwie mal rauskommen. Ich habe auch eine Kuh. Ah, das ist doch gut. Ja, weil hier ist auch Erde jetzt. Perfekt. Dann sind wir bestimmt jetzt neben einem Berg oder so. Wahrscheinlich. Ach so, warte mal. Ich wechsle mal auf mein Eisenschwert her für eins. Nur falls wir einen Gegner finden. Ja, vorsichtshalber. Hallo, Kuh. Ich will Tageslicht sehen. Ah, ich habe Tageslicht. Und es ist... Niki, es ist dunkel. Oh, scheiße. Äh, machst du mal Licht an? Moment. Also ich bin dafür irgendwie, dass wir nun nicht unbedingt nach draußen gehen. Dann brennen wir hier unten einfach jetzt das Eisen. Oder machen dann, äh... Also machen wir oben nochmal zu. Hast du... Ah, okay. Machen wir uns hier so eine kleine Hütte vielleicht. Stellen uns die Werkbank und den Ofen auf und brennen das Eisen. Genau, das ist glaube ich eine gute Idee. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Versuchen gesneakt zu bleiben, wann immer es geht. Ja. So. Ich glaube, da unten müssen wir eine Fackel reinsetzen. Mal so. Ich habe gar kein Holz mehr. Das gibt es doch nicht. Habe ich jetzt... Ach, Upsch. So. Okay. So, ich habe insgesamt 37 Eisen da drin. Hast du noch... Ja, ich habe noch 35. Das heißt, wir haben 64 Eisen jetzt. Das ist doch schon mal hier eine Ansage, oder nicht? Das ist gut. Und ich habe, glaube ich, auch noch unfertiges... Ja, vier Stück. Äh, fertiges meine ich. Unfertiges. So, was machen wir nebenher? Ein bisschen Stripmine gucken, ob wir ein bisschen Eisen noch finden, oder so? Ja, das ist eine gute Idee. Wir müssen halt immer jetzt ausschalten nach Namen, weil wir sind ziemlich nah unter der Oberfläche und das hört man dann, wenn wir abbauen, falls ein Ende näher ist. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, was wir jetzt hier gerade im Moment tun. Was ist denn das auch dunkel? Gibt's doch nicht. Was ist das so? Was? Ich habe einen Gang gefunden. Einen Gang? Ja. Wirklich? Herr Flair, ist das unser? Ich glaube nicht, oder? Sicher. Also, nicht, dass ich wüsste, dass wir hier mal waren. Also, bist du weitergelaufen bis zum Ende, oder? Nee, ich bin gerade zurück. Ja, also, es geht da noch nach unten. Okay. So. Ah, ja, genau. Ich sortiere mal kurz mein Inventory aus. Ja, das habe ich eben gerade auch gemacht. Also, ich habe ja schon zwei Eisenblöcke. So gut. Äh, wo fang ich denn die wichtigsten Sachen hin? Ich muss einmal wirklich auch mein Inventar einmal ein bisschen sortieren. Haben wir denn Fäden für den Bogen oder so? Nee, noch gar nicht. Wie ich einfach mal hier über die Kühe höre. Äh, no, no. Drei, vier, sechs. Ein bisschen warten müssen wir noch. Bau das doch immer zu. Weil sonst, wenn du da hingehst, dann sammelst du das irgendwie immer wieder ein. Ach so. Hast du jetzt aus dem Eisen schon Blöcke gemacht? Ja, zwei Stück. Okay. So, das heißt, wir brauchen nochmal vier. Nee, drei. Und dann haben wir... Die vier normalen habe ich. Also, ich habe vier normale im Inventar. Wir brauchen dann nur noch... Ja, dann gib mal her. Ach so. Komm, komm, komm. Gib mir her. Weiter, Moment. Oh, jetzt bin ich da weggelaufen. Okay, super. Jetzt baue ich mich uns mal einmal hier ein. Aber wie ging das denn so? Zwei, drei, vier. Ja, perfekt. Hoch. 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 Wir setzen jetzt mal hier hin. Ja, wir haben einen Amboss. Perfekt. Schärfe zwei. Aber toll. Und ich habe... Na, ein Zaubertisch hier hinsetzen, oder nicht? Ja, kann ich machen. Ja, gut. Sonst ich gerade nebendran einen Moment. Ein bisschen zurück. Jetzt habe ich ein Screenshot gemacht, aber das ist auch nicht schlimm. Nö, deswegen. Ähm. Bann. Bann brauche ich auch nicht. Binnen. Sieben. So, Schärfe drei, Rückstoß eins. Schärfe? Ehrlich? Ja. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen... Huh? Aber ich habe keine Level mehr, das ist jetzt mein Problem. Äh, wie geht das nochmal? Ich muss ganz normal, äh, das... Die Schärfe... Gedöns... Aufeinandersetzen, ne? Schärfe eins und Schärfe eins aufeinander, genau. Schärfe eins und Schärfe eins aufeinander. Was ist, wenn ich Schärfe zwei und Schärfe zwei habe? Dann wird's Schärfe drei. Und immer so weiter dann. Okay, hab ich jetzt auch schon. Oh nein, mir fehlt die Level. Oh. Ja, mir auch. Da müssen wir wieder in die Höhle runter und ein bisschen, äh, Sachen abbauen oder Tiere töten oder irgendwas. Ja, wir haben, glaube ich, noch zwei Minuten Zeit, um vielleicht gleich nochmal zu gucken. Es müsste ja eigentlich Tag sein, um ein bisschen wegzulaufen. Jawohl, ich baue den Zaubertisch und den Amboss ab. Sehr gut. Okay. Ja, warum habe ich jetzt... Na gut. Bloß wir müssen uns beeilen, ne? Nicht, dass wir dann gekickt werden und einfach so in der Luft stehen. Ja, es ist Tag. Okay. Okay, wir müssen ja auch nicht besonders weit weg, einfach nur... Ja, das ist eine sehr gute Idee. Pass auf, da hinten ist ein Creeper. Okay, zwei Minuten haben wir noch. Hier ist eine Kuh. Irgendwie guckt mich der Creeper so komisch an. Ja, wir wären volle Kanne in den Berg reingelaufen. Ja. Das wäre lustig gewesen. Sind wir von hier gekommen, nein? Nee, nee. Soweit waren wir noch nicht, glaube ich, oder? Aber ehrlich gesagt bin ich ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, oder? Du kommst da daher? Ja, ich sehe dich noch. Okay. Sehr schön. Okay, eine Minute 48. Tiere töten, falls man unterwegs ist. Nee, Quatsch. Wir müssen erst eine Höhle finden. Tiere töten können wir später. Du bist irgendwie jetzt gerade weg. Ah doch, ich sehe dich wieder. Ich bin nur gerade ausgelaufen. Warte mal, wo bist du? Wo bist du? Den Berg hoch? Ja. Hier bin ich. Hier. Ein Hund. Warte, ich habe Knochen. Ah, ich habe vorhin welche weggeworfen. Oh nein, hast du noch Knochen? Nein, ich habe sie weggeworfen. Scheiße. Shit. Jetzt ich mein Inventar aussortiert habe. Mann, wir hätten ein Haus hier haben können. Nein. Okay, wir werden uns jetzt, glaube ich, hier einmal einbauen. Ist da... Rechts ist so eine Höhle. Ja, das ist mir da zu gefährlich, weil da Dings ist. Hm? Ähm, Lava. Aber hier ist überall Höhle. Hier, guck mal. Komm mit. Ich bin hinter dir. Ach so. Ja, sowas ist super. Da kommen wir nämlich gleich ein bisschen weiter runter dann. Okay, 48 Sekunden. Ich baue mich jetzt hier einfach ein, Niki. Mhm. Ich komme mit, wenn du nebendran noch ein bisschen was freimachst. Hier habe ich. Fackel, perfekt. Oben. Ich habe keinen Stein, ich habe nur Erde. Ach so, geh weg. Geh weg. Okay, super. Das heißt, ja, schade um den Hund. Wir hätten fast einen Hund haben können. Ja. Aber, okay, es ist wenigstens so, wir haben trotzdem überlebt. Wir haben Diamanten. Wir sind schon von den Schwerteln her recht gut ausgerüstet. Ja, allerdings. Schärfe 3 haben wir jetzt schon. Genau. Und wir können ja nächstes Mal schauen, ob vielleicht dann nebendran in der Höhle, wenn wir da runtergehen, irgendwo ein Skelett ist, das Töten und dann die Knochen neben vielleicht den Hund wiederfinden. Das ist eine gute Idee. Also Knochen brauchen wir unbedingt, weil das wäre richtig cool, wenn wir den Hund hätten, der für uns kämpft. Ja, das stimmt. Ich baue hier mal noch ein bisschen ab. Wir haben noch eine Minute. Eine Minute? Fünf Sekunden? Drei Sekunden? Achso, du hast noch drei. Okay. Also ich bin schon mal rausgeschmissen. Die liebe Niki kann gerne alleine weiterspielen. Genau. Ich baue noch ein bisschen ab. Weil ich habe ja am Anfang noch die Zeit gehabt. Und ja. Also ich verabschiede mich schon mal. Bin natürlich noch bei Niki so im Gespräch diese eine Minute mit dabei. Und sage tschüss. Bye. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.